Heftiger Wintereinbruch am Sonntag unter anderem rund um Denver. Starker Schneefall legte weite Teile der Region lahm. Hunderte Flüge mussten abgesagt werden, wichtige Autobahnen waren blockiert und teilweise fiel der Strom aus. Die Behörden riefen die Anwohner auf, zu Hause zu bleiben. Betroffen waren neben Denver auch Gebiete der US-Bundesstaaten Wyoming, Nebraska, South Dakota sowie Colorado.